Ich habe soziale Arbeit studiert im Bachelor und bin da immer wieder an die Grenzen gestoßen, wie gesellschaftliche Veränderungen stattfinden können. Und deshalb habe ich mich hier beworben, weil es geht nicht nur darum, wie der Status quo gerade ist, also es bleibt eben nicht bei der Analyse stehen, sondern es geht immer um die Frage, wie wir mit dem Wissen, was wir haben, eben Gesellschaft verändern können oder ja, es geht eigentlich um das gute Leben für alle, nicht um die Gesellschaft, wie sie analysiert wird.